Wir sind jetzt auch schon leider beim letzten Mal angekommen, aber wo wir jetzt schon mal hier sind... Also, wenn ich jetzt schon mal hier stehe, wenn ich mit der Laune habe, dann kann ich mich jetzt auch mal direkt bedanken bei den Leuten, die das Ganze hier ermöglicht haben, dass es zum einen einmal der L1 klappt. Großen Dank an die Zivilenschule, die hier die Location ermöglicht hat. Auch mal einen Applaus geben. Die Leute, die jetzt noch nicht auf der Bühne stehen, aber da hinten dafür sorgen, dass sie alles läuft, die Techniker auch noch mal ein großes Dank haben. An die Frau von der Heiden, die das Ganze hier ermöglicht hat, die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, also dafür auch noch mal einen großen Applaus. Ich lese dann natürlich an Herrn Meinhardt und Frau Lücking, die das Ganze hier gemanagt haben. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Song und haben Sie viel Spaß. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Hey, where's the drum? It's good! Let's go! Oh, like a shining. Like a fifth round of diamond. It'll make you like you use to. You'll never go without Swag. Ooh, you're good. Baby, baby. This world has come crazy. The way you're taking move from, baby. Where the gusts are and get you. Musik 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 Baby you're so classic Baby you're so classic Baby you're so classic Woooooooo Thank you for my life Classic 感じ 8 Max x x X Kids x Vielen Dank. Vielen Dank an das Stil-Dramorchester. Mein Vorredner hat mir den Dank an das Haus usw. vorgenommen. Insofern bleibt es mir, Herrn Meiner zu bedanken. Ich freue mich, dass ich mich wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen also ein sehr schönes Wort, was Sie für das Redner mit dem Redizieren. Es geht gleich weiter. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Und in Speicherungen. Es ist wieder ein Wort.